Die Quaich floss im Mittelalter durch zwei Durchlässe der Stadtmauer. Der östliche Durchfluss ist erhalten und befindet sich hier am sogenannten Schipka-Pass. An der über den Fluss gebauten Mauer ist auch die Zweischalentechnik noch gut erkennbar, in der die gesamte Stadtmauer errichtet war. Der Name dieses schmalen Durchgangs ist historisch nicht belegt. Die Legende besagt, dass ein alter Mann einst an dieser Stelle Geschichten aus dem Russisch-Osmanischen Krieg in den Jahren 1877 und 1878 erzählte. Der Schipka-Pass ist ein Gebirgspass im Balkan, der in diesem Krieg heftig umkämpft war. Eine andere Geschichte erzählt, dass hier die Ladung der Fuhrwerke auf einen Schubkarren umgeladen werden musste, um die Waren in die Stadt zu bringen. Der Durchgang war zu eng für die Fuhrwerke, die Schipka stand dann mundartlich für Schubkarre. Die Befestigungsmauer der Stadt Anweiler dürfte sechs Meter hoch und 1,50 Meter dick gewesen sein. Die Stadtmauer bildete ein fast quadratisches Viereck mit einer Kantenlänge von 250 Metern an der längsten Stelle. In der Stadtmauer eingebaut waren vier Türme und drei Tore. Von den Toren sind keine Reste erhalten. Erhalten geblieben sind aber das Rondell im Norden und Teile des südwestlichen Befestigungsturms. Außerdem sind Stadtmauerreste im Süden am Weg hinter der Stadtmauer in bestehende Gebäude integriert worden. Der Stadtmauerrundgang informiert mit vier Tafeln über die Geschichte der Stadtmauer. Eine der Tafeln steht hier am Schipka-Pass. Untertitelung des ZDF für funk, 2017